Meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, bitte geht zum Arzt, geht zum Doktor, holt euch diesen gelben Schein. Es wird absolut krank, was heute im Video-Patch vorkommt, Leute. Ja, also, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gibt es ja jetzt eigentlich das Publishing nur noch über Pearl Abyss. Vorher, vor zwei Jahren, war es so, dass Kakao Games das Publishing übernommen hat. Und Pearl Abyss hat gesagt, nee, komm, wir sind nicht nur Developer, wir wollen auch Pearl Abyss als Publisher sein, auch in EU und NA. Ja, in Korea war der Publisher sowieso schon Pearl Abyss. Und dementsprechend feiern wir jetzt das Zweijährige über die Übernahme von Pearl Abyss als Publisher. Diesbezüglich gibt es Events, die geisteskrank sind, liebe Damen und Herren. Und deswegen, es ist auch immer berechtigt, wenn ihr jetzt zum Gelben, wenn ihr jetzt zum Arzt geht und den gelben Schein holt, ja. Also, fangen wir an. Zuallererst, das ist halt mit Abstand das geisteskrankste Event. Ich hoffe, die Events kommen auch eins zu eins so bei uns raus, weil es gibt ein Event, wo so ein bisschen das Ganze konkurriert gegen das Event, was wir jetzt schon am Laufen haben in der EU. Aber, falls sich Änderungen ergeben sollten, werde ich das auf jeden Fall im Stream kommunizieren und eventuell ein extra Video machen. Also, checkt unbedingt gerne den Stream auf twitch.tv slash fakashi ab. Da bin ich ab 13.30 Uhr am 22.05. live und wir gehen alles gemeinsam durch. Jetzt aber gucken wir uns das Ganze mal an. Leute, habt ihr das Problem, keine Vorteilspakete zu haben und seid ihr es leid, dafür Geld zu zahlen? Wie wäre es denn, wenn ihr einfach die for free farmen könntet? Ja, ihr habt richtig gehört, Leute, ihr könnt einfach farmen. Ihr könnt das Ganze zwei Wochen lang farmen, bis zum 5. Juni geht das Ganze. Und deswegen auch schon mal Grund Nummer 1, wie ihr den gelben Schein holen solltet. Vorteilspakete könnt ihr farmen. Ihr geht farmen oder sammeln. Also, Monster jagen oder sammeln. Also, Monster töten oder sammeln. Also, Lifescaler oder Grinder, okay? Beim Lifescalen und beim Grinden bekommt ihr, beim Lifescalen sammeln und beim Grinden jagen, ja, kommen ab und zu solche Kisten. Diese Kisten macht ihr dann kaputt. Wenn ihr diese Kisten kaputt gemacht habt, bekommt ihr automatisch zwei Stunden Vorteilspaket gutgeschrieben. Die werden automatisch aktiviert und auf eure aktuelle Zeit obendrauf angerechnet. Ihr könnt die nicht irgendwie sammeln und später aktivieren im Inventar. Nein, die werden direkt aktiviert. Das heißt also, ihr könnt wahrscheinlich, wenn man jetzt so, sagen wir mal, vier, zwei Stunden droppt, aus einer Stunde Grind, aus einer Stunde Lifescal vielleicht so acht Stunden rausholen, was gar nicht mal abwegig ist. Das ganze Event hatten wir schon mal in so einer Form. Nur, da gab es damals Schatztruhen, beziehungsweise keine Schatztruhen, sondern Kammasilfbäume oder dieses geheime Buch des Altmoons. Gleiches Event und da hatten wir so drei, vier die Stunde bekommen. Manche mehr, manche weniger, aber ungefähr das war schon ziemlich realistisch und wenn man das mit Vorteilspaketen machen kann, dann sollte jeder einfach nur noch geisteskrank durchgrinden. Wenn wir das Ganze jetzt noch weiterdenken, dann lohnen sich natürlich vielleicht Grindstunden gemeinsam mit Content Creatern, wie mit mir, zum Beispiel in meiner Crypt Train Session. Da könnt ihr natürlich diese ganzen Kisten ebenfalls for free haben, denn als Content Creator bekommen wir diese Vorteilspakete umsonst und wir haben davon nichts. Also, wie ein Blutegel klammert ihr euch an die Content Creator und grindet mit denen irgendwelche Gruppenspots wie Turus oder Olund oder was auch immer und könnt dann halt auch noch deren Drop quasi einheimsen, weil die brauchen das sowieso nicht. Also, wenn sich bei mir die Leute für die Crypt Train Session melden, dann wird es offenbar so sein, dass die Leute das gerne abwechselnd mitnehmen können. Ich brauche es nicht. Deswegen, gönnt euch. Nächstes Event. Es gibt ein geisteskrankes Event, Leute. Und deswegen direkt mit dem nächsten. Ihr wisst ja alle, es gibt ja Land of the Morning Light Bosse, Black Shrine Bosse. Und ich habe ja jetzt angefangen zu allen einen Guide zu machen, bin noch nicht ganz fertig. Es wird am Ende noch einen Damage Guide geben, wie sich Damage da zusammensetzt, was man da optimieren könnte, um vor allem C7 zu töten und bald in der Zukunft auch C8, C9, C10, wenn die auch noch rauskommen. Aber wie dem auch sei, es gibt erstmal ein Event, Leute. Und zwar erstmal das untere Event. Wenn ihr einen Boss tötet, gibt es extra Belohnungen. Und dafür gibt es drei Wochen Zeit. In dieser Woche, jetzt ab dem 22., wenn ihr also noch die Black Shrine Bosse offen habt, könnt ihr bis nächste Woche Mittwoch, falls ihr die schon gemacht habt, könnt ihr am Sonntag dann quasi einfach dann die Woche mitnehmen. Ist kein Stress. Dann könnt ihr quasi in der ersten Woche einfach einen Sonnenboss töten, bekommt dann automatisch durch die Quest beim Schwarzgeist, vorher annehmen und dann den Boss töten, eine extra Lootkiste. Also eine sechste Kiste statt fünf Kisten, die wir sonst am Sonntag bekommen würden. Das Ganze in der zweiten Woche mit dem Mondboss und in der dritten Woche mit dem Erdeboss. Das ist immer schön. Das sind so Sachen, die wieder rauskommen können. Aber interessanter ist lieber, Leute, das, was da oben ist, was ich jetzt gerade geskippt habe. Ihr wisst ja, wenn man einen Erdeboss tötet, bekommt man ja 20% Beuterat. Wenn man einen blauen Boss tötet, auf C7 natürlich, bekommt man ein DP. Und wenn man einen roten, also einen Sonnenboss tötet, auf C7, bekommt man ein AP. Das Ganze hält für drei Stunden auf dem jeweiligen Server. Und liebe Leute, während des Event-Zeitraums verdoppeln Sie den Effekt. Versteht ihr das? Also normalerweise kann man ja mit diesen 20% overcappen. 300% ist ja Beuterate max. Das Ganze wird overcapped. Das heißt also, wir haben dann nicht 320% auf einem normalen Server, sondern 340%. Und auf Asha, wenn ihr weiterdenkt, haben wir nicht 370%, wegen der 50% extra, sondern 300%. Schreibt es in die Kommentare. Ja, das Hardcap ist natürlich immer noch 400%. Das heißt also, selbst wenn ihr Notwur habt und dann so einen Server habt, könnt ihr nicht overcappen. Also wenn ihr eine Siege-Region haltet, bekommt ihr sowieso nochmal 50% auf Asha on top. Und 400% ist das absolute Maximum. Das wird nicht überschritten. Aber das ist halt geil. 340% auf normalen Server, 390% auf Asha-Servern. Ich werde meinen Schlaf-Rhythmus komplett bumsen und dann in der Nacht grinden. Ja, das ist das Event. Drei Wochen lang geht's. Geisteskrank. So, das Event konkurriert mit einem Event, was wir gerade in der EU haben. Deswegen, glaube ich, bekommen wir das hier nicht. Das bekommt Asia jetzt. Und zwar bekommen die halt bis zum 5. Juni zwei Wochen lang 50% Item-Drop-Rate. Bisschen XP, bisschen XP, bisschen XP. Und wir haben ja schon 1000% Kampf-XP, 100% Drop-Event. Das Ganze, also könnte ich mir so vorstellen, dieses aktuelle Event, was wir haben in der EU, hält noch eine Woche. Und danach beginnt dann dieses Event nächste Woche für uns, für eine weitere Woche. Und ist auch schick. Nehmen wir mit. Gut, dann gibt es ein Event zum Thema PvP. Red Battlefield wird gepusht. Bei Red Battlefield ist es so, wenn ihr an einem Tag beim Red Battlefield teilnehmt, zwischen Mittwoch und Samstag, gibt es extra Belohnungen. Also als erstes bekommt ihr mehr dieser Siegel, die ihr eintauschen könnt. Eine zusätzliche Battlefield-Belohnung für einen Token, für einen D-Token-Tag, also 10 Mal. Dann könnt ihr den Lot im Briefkasten am 5. Juni erhalten. Und wenn ihr dann am Freitag bis Samstag, na 25 Uhr ist es halt ein bisschen blöd ausgedrückt, aber wenn ihr Freitag, Samstag, am Freitag nur Red Battlefield mitmacht und das Ganze gewinnt, gibt es halt für den Sieg, hier steht Sieg, extra Belohnungen. Am 24. Mai, also am Freitag, am Samstag, am Samstag gibt es nochmal quasi einmalig eine extra Belohnung und die könnt ihr einfach mitnehmen. Ja, wenn ihr Red Battlefield machen wollt, dann nutzt die Zeit, kann man mitnehmen, kann man mit in die Tasche stecken. Gut, also, dann kommen wir jetzt zum Thema Purl Shop, ja, kurzer Sneak Peek zum Purl Shop, das waren die Events soweit. Beim Purl Shop ist es so, dass wir als erstes zwei Wochen lang verschiedene Items bekommen, drei Wochen lang verschiedene Items aus dem Markt bekommen für Silber. Das Ganze beginnt ab dem 22., also ab heute. Ihr könnt einfach in den Shop gehen und für 623 Silber bekommt ihr in der ersten Woche das hier. Ab nächste Woche bekommen wir dann das alles hier und ab übernächste Woche bekommen wir dann das hier. Nimmt man einfach mit, 623 Silber, kostet nichts, nimmt man mit. Gut, dann kommen wir zum Purl Shop selber. Im Purl Shop selber haben wir nicht wirklich großartig viel. Es gibt erstmal ein Reset auf die 53, 530% Kampf- und Skill-XP-Rollen, die 60 Minuten halten. Die können wir jetzt noch einmal kaufen für 53 Loyalität. Also 53 Rollen für je eine Loyalität sind 53 Loyalität. Unbedingt mitnehmen, nicht verpassen. Und auch wenn man sie jetzt nicht braucht und auch wenn man nicht für XP geht, aufsparen. Vielleicht hat man ja immer einen Bock zu leveln auf Level 66, 67, 68, 69, 70, was auch mal. Kann man dann mitnehmen. So, und wie gesagt, es gibt sonst nichts anderes im Purl Shop. Vielleicht ändert sich das nochmal in EU. Wir werden uns um 13.30 Uhr das nochmal in EU anschauen. Aber an dieser Stelle gibt es jetzt nochmal extra Purls, Leute. Hier steht schon mal Kaufbeschränkung, zweimal pro Familie. Das heißt, ich denke, man kann wirklich Purl in Box 1 und Purl in Box 2 zusammen kaufen und das ist geisteskrank. Das, was ihr hier seht, ist ungefähr der Preis mal durch 4, was wir in EU haben. Also wenn ihr das mal 4 rechnet, das kommt dann ungefähr hin auf 100 Euro. 100 Euro können wir uns zweimal kaufen und bekommen 100 Euro gratis. Das heißt, für 200 Euro bekommen wir den Wert von 300 Euro. Und hier unten haben wir den Wert von 60 Euro mal 2, also 120 Euro. Und dann bekommen wir den Wert von 180 Euro. Ich denke mal, das wird 1 zu 1 so bei uns auch in der EU erscheinen. Wie gesagt, wir gucken uns das nochmal im Stream dann um 13.30 Uhr gemeinsam im Purl Shop an. Ob das sich jetzt so lohnt und das kommt so oft und so inflationär. Aber ja, die Leute, die cachen, die werden es auf jeden Fall mitnehmen. Weil, ey, wenn ihr cached, dann cached damit, weil dann gibt es extra Gratis-Purls. Es gibt ein neues Kostüm für die Frauenklassen. Celestia, ne, sieht schon schick aus, sieht schön goldig aus und so. Ansonsten gibt es noch ein paar Sachen, aber die gucken wir uns dann im EU-Patch an, okay? Also, 13.30 Uhr auf twitch.tv, da sehen wir uns. Kommen wir zum EU-Update. Meine Damen und Herren, es gibt eine Änderung bezüglich Not-War. Die gab es schon in Korea seit ein paar Wochen. Davor erst im Global Lab und jetzt ist es soweit, es kommt jetzt auch nach EU und NA und überall anders. Das ganze Not-War-Prinzip, dazu werde ich nochmal ein separates Video machen. Und das Ganze nochmal erklären. Aber grundsätzlich könnt ihr euch das so vorstellen, diese ganzen Not-Wars erstmal werden zusammengetan, okay? Es gibt dann nur noch so gesehen sechs Regionen, in denen ihr Noto machen könnt und insgesamt nur drei Kategorien, wo ihr euch für entscheiden könnt. Als Gildenleiter entscheidet ihr euch entweder für Kategorie 1, 2 oder 3. Kategorie 1 besteht aus Balinos Serendia, Kategorie 2 besteht aus Medea Valencia und Kategorie 3 besteht aus Calphion Camasilvia. T1 Not-War, also da wo ihr am meisten gecapt werdet, auf ungefähr Full-Pen-Tuala-Season-Gear, ist Balinos und Serendia. Das Ganze ungefähr mit 650, 660 Gearscore ist für Medea und Valencia gedacht, also T2 Cap. Und ohne Cap ist Calphion Camasilvia Stand jetzt. Das wird sich wahrscheinlich in der Zukunft nochmal ändern, um die Region mal ein bisschen abzuwechseln. Aber genau, so sieht das aus. Was ändert sich grundsätzlich an Noto? Am Prinzip, es ist so, dass ihr, vielleicht haben wir nochmal die Karte hier, wenn ihr euch jetzt als Gilde, als Gildenleiter für eine dieser Kategorien entschieden habt, entscheidet das Spiel, in welche Region ihr kommt, okay? Balinos oder Serendia. Darauf habt ihr keine Auswahl, okay? Darauf habt ihr keinen Einfluss. Und das wird halt abhängig von der Anzahl der Gilden, die da mit drauf kommen, entschieden. Wenn es zu wenig Gilden gibt, werden alle in eine Region reingeschaffelt, das schon mal voraus. Und wenn es dann losgeht, es ist jetzt so, dass ihr nichts mehr vorher bauen müsst, okay? Das Ganze ändert sich folgendermaßen, dass ihr einfach hier anfangt und nackig, nur mit eurem Team, mit eurer Gilde. Und dann gibt es hier verschiedene Festungen. Und die Festungen bestimmen sich abhängig davon, wie viele Gilden mitmachen. Zum Beispiel, wenn sich jetzt in der Gruppe, in der Serendia-Region 15 oder sagen wir mal 20 Gilden befinden, gibt es 10 Festungen. Ja, okay, 10 von diesen schwarzen Dingern kann man dann einnehmen. Es gibt ein paar Festungen, die sind, wenn man sie eingenommen hat, haben sie einen Timer, den sieht man auch. Es gibt ein paar Festungen, die haben ein Fragezeichen. Wenn man das Fragezeichen sieht, dann weiß man halt nicht, wie lange der Timer ist. Und ihr müsst dann halt während dieses Timers diese Festung für euch beanspruchen und verteidigen, okay? Also ihr geht hin, macht einmal die Festung kaputt, danach gehört sie euch, danach kommen die anderen, wollen euch da raustreiben und wenn ihr es schafft, die zu verteidigen, bekommt ihr nach Ablauf der Zeit diese Festung. Bei Fragezeichen ist es halt ungewiss, wann das Sende ist, aber dafür gibt es auch mehr Belohnungen. Und wenn es dann so ist, dass ihr dann von den Feinden übernommen werdet, dann haben die halt die Festung und die Restzeit bleibt halt bei der Restzeit. Das ist erstmal ganz grob erklärt. Also da sieht man so viel Material, ich werde euch den Link unten in die Beschreibung reinhauen, dann könnt ihr euch das gerne nochmal separat durchlesen. Ich werde dazu, wie gesagt, sobald ich das Ganze mal getestet habe, auch nochmal ein separates Video machen. Es gibt diese Festungen in Stufe 1 bis 5 und je höher die Stufe, desto besser die Belohnung, desto länger auch die Zeit, um das Ganze einzunehmen. Und wenn wir dann nochmal ganz kurz zu Quality of Life kommen, das Zelt kann man nun auf dem Notewar-Server und auch im Siege-War-Server aufschlagen und sich reparieren, buffen, was auch immer. Super Änderung, also die PvP, da werden es lieben. Gut, dann viel Wischiwaschi, viele kleine Details, darüber will ich jetzt gar nicht so im Detail reden, es gibt auch nochmal ein separates Video. Kommen wir nochmal vielleicht zu einem der Belohnungen. Es gibt jetzt neue Pities, wenn ihr Notewars gewinnt, bekommt ihr solche Pities. Bei 100 Pities könnt ihr eine Debo eurer Wahl aussuchen. Ringe sind noch nicht dabei, aber das hier sieht aus, als könnte da ein Ring reinpassen. Und dann sind das hier die Kisten, die man aus den Sieges oder aus den Notwars bekommt. In diesen Kisten gibt es halt nochmal extra Belohnungen, extra Lootboxen. Da drin können auch wiederum Debos drin sein, können, ist die Betonung. Und es gibt dann natürlich auch noch einen persönlichen Loot. Der persönliche Loot wird umso besser, je besser ihr abschneidet im Krieg, also je mehr ihr Einfluss hattet, mehr Kills, weniger Tode, mehr Eroberungen, was auch immer. Das Wichtige ist, wenn ihr eine Not gewonnen habt, egal welche Not in Serendia, bekommt ihr für die ganze Region Serendia doppelte Notinvestments. Also wenn ihr 10% habt durch Level 20, wird das für diese Zeit, wo ihr diese Not gewonnen habt und Not haltet in dieser Region, bekommt ihr auf allen Spots in der Region das Doppelte, 20%. Und das wird nochmal overcapped, also das ist wirklich dann nochmal hidden, das kommt nochmal oben drauf. Bei 400% wären es dann 420%, statt 410. Bei 370 oder 390% wären es dann 410%, statt 400%. Bei 370 dann halt 390, statt 380 und so weiter und so fort. Das ist klar, ne? Dann gibt es einen Buff, den ihr euch abholen könnt. Dafür müsst ihr noch nicht mal gewinnen, wenn ihr gewinnt, bekommt ihr natürlich einen stärkeren Buff. Das seht ihr hier, der hält 10 Stunden, der Buff. Ihr könnt den auf einem Charakter eurer Wahl am Ende abholen, wenn ihr im Noto mitgemacht habt. Und da kann man zwischen einem Grind-Buff und einem Lifeskill-Buff entscheiden. Das sind die Stats, die ihr hier sehen könnt, ne? Also Monster-AP und Drop-Rate. Und bei Lifeskill ist es halt Mastery und Lifeskill-XP. Und das Ganze steigert sich halt von Cap zu Cap, von T1 zu T2 wird es nochmal besser. Und von T2 zu auf Uncap wird es halt nochmal besser, ne? Und im besten Fall habt ihr bei dem T3-Sieg 25 Monster-Aka, was extrem ist, Leute. Ihr habt gar keine Vorstellung, wie extrem das ist. Für 10 Stunden und 25% extra Item-Drop-Rate. Und für die Lifeskill-Age gibt es 100 Mastery und 50% Lifeskill-XP. Gut, es gibt einen Notewart-Titel neuerdings, genau ähnlich wie Siege-War, ne? Stormtrooper und so, das gibt es jetzt auch für Notewart. Und der Rest von der ganzen Kacke, dazu werde ich ein separates Video machen, falls ihr das nicht gereicht hat. In Darkseeker gibt es einen kleinen Change. Es gibt so ein neues Event hier und da kommen ganz viele dieser Darkseeker-Monster. Das wird wahrscheinlich ein Buff sein für den Spot. Der wird, ebenfalls sinkt dort die Chance auf Limbo-Siegel, also auf die Tokens, ne? Und das ist erstmal soweit erstmal alles an der Stelle. Im Limbo wird nochmal ein bisschen was angepasst bezüglich UI und Buff-Anzeige, Beschreibung von Buff, was er genau macht und so weiter und so fort. Nicht so interessant. Es gibt eine neue Quest nach Olokita. Wenn man mit dem Schwarzgeist plaudert, gibt es eine Quest, die man machen kann für einen extra Titel und so eine extra Essenz. Und das, meine lieben Damen und Herren, war es auch schon im EU-Patch. Gucken wir uns nochmal ganz kurz den Korea-Patch an, ja? Das ist auch nochmal ganz interessant. Im Korea-Patch bekommen wir überwiegend eigentlich das, was im Global Lab letzte Woche schon angesagt wurde. Ich mache übrigens auch jeden Freitag diese Global Lab-Patch-Notes, auch immer pünktlich. Die sind meistens so gegen 13 Uhr spätestens online. Könnt ihr euch auch schon mal angucken, falls ihr euch schon mal so ein bisschen vorhypen wollt, damit ihr wisst, was da so vorkommt. Meistens bekommt Korea das dann am nächsten Mittwoch, also heute jetzt zum Beispiel. Dazu gehört zum Beispiel einmal die Vereinfachung von den Schwarzsteinen, die man für Schiffausrüstung braucht. Die werden komplett vereinheitlicht. Ja, ich werde das Ganze nochmal zusammenfassen, sobald es nochmal in EU vorkommt. Aber an sich für euch, diese ganzen Schwarzsteine, die ihr hier links seht, die werden angepasst und dann sehen die nur noch aus wie die rechten. Die wie die rechten sehen aus wie die Mondlichtschwarzsteine, aber das sind tatsächlich andere Schwarzsteine, die einfach jetzt vereinheitlicht werden, ja? Also wenn ihr vorher einen grünen gebraucht habt, braucht ihr jetzt einen von diesen Wellenschwarzsteinen. Wenn ihr vorher einen von den Sonnenschwarzsteinen gebraucht habt, braucht ihr jetzt 20 von denen. Wenn ihr einen Mondschwarzsteinen gebraucht habt, braucht ihr 30 von denen. Wenn ihr für die Karake, für das Blaugier diese kombinierten Dinger brauchtet, braucht ihr jetzt 50 von denen, okay? Das ist eigentlich alles. Es wird auch nochmal angezeigt, wo ihr bei welchem Gierstand wie viele braucht, ne? Ist aber eigentlich alles Wumpe. Ihr könnt die beim Seemünzenhändler nach wie vor kaufen. Und es gibt halt auch noch ganz viele neue Möglichkeiten durch Quests, durch Bartering an diese Schwarzsteine zu kommen. Das ist grob zusammengefasst. Deswegen gucken wir uns direkt einmal das weiter an, was hier unten steht. Und zwar das hier. Einmal folgendes. Das Darns Handschuhe und Arthors Schuhe. Davon gibt es ja zwei verschiedene Versionen. Einmal grün und einmal blau. Und beide Items sollen den gleichen Preis haben. Also wenn die blauen Handschuhe 500 Milliarden kosten auf Penn, dann sollen auch die grünen Handschuhe auf Penn 500 Milliarden kosten. Das gleiche auch für die Schuhe und Handschuhe und was auch immer. Das mit dem Limbo ist das, was wir auch in der EU haben. Dann haben wir weiter unten so ein paar Anpassungen bezüglich Not-War. Die Items, die man so errichten kann, bauen kann, die man dann zusätzlich bauen kann, wenn man erstmal eine Festung hält. Die bleiben erstmal auf einem günstigen Preis. Da werden ein paar Werte angepasst. Macht weniger Schaden, macht mehr Schaden. Zeit wurde angepasst für gewisse Dinge. Und das hier, was ihr hier seht, sind eins zu eins die gleichen Buffs, die wir auch in unserem Not-War schon bekommen. Das sind die Titel, die wir bekommen. Und dann ansonsten gibt es noch diese UI-Anpassung, die ich persönlich sehr schön finde. Und zwar kennt ihr das, ihr fangt an zu grinden, habt alle Buffs drin und ihr vergesst einfach die Loot Scroll. Wenn ihr in ein Kampfgebiet eintretet, bekommt ihr automatisch diese UI von der Loot Scroll auf Level 0 natürlich eingeblendet, damit ihr daran denkt, das Ding auch zu aktivieren. Meine lieben Damen und Herren, es war mir wie immer ein Blumenpflücken mit euch. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr seid gut informiert. Und denkt bitte an meine Worte. Dochtor, geht zum Dochtor und holt euch bitte diesen gelben Schein, Leute. Ihr bekommt Vorteilspakete for free. Ihr bekommt mehr Droprate zum 100% Drop-Event. Und Gilden-Buff ist ja auch noch da, das heißt 110% Drop-Event. Plus, wenn man dann so einen Buff aktiviert, 40%. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Follow freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß im Video. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream auf twitch.tv. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.